Walter Falz Systeme ist der Spezialist am Markt, wenn es darum geht, individuelle Behälter zu konzipieren auf Basis von speziellen Kundenanforderungen. Ein individueller Behälter ist ganz wichtig, denn nur wenn ein Behälter individuell zugeschnitten ist auf die Anforderungen eines Kunden, nur dann kann er zu 100% die Aufgaben erfüllen, die an ihn gerichtet sind. Wir vereinen unter unserem Dach nicht nur die verschiedenen Bereiche, angefangen von Entwicklung über die Konstruktion bis zum Werkzeugbau und der Produktion, sondern auch die verschiedenen Technologien, ob es der Kunststoffspritzguss ist, ob es das Tiefziehen ist, ob es Extrusion ist. All diese Verfahren in der Kunststofffertigung beherrschen wir und so können wir immer die optimale Lösung für den Kunden finden. Diesen Behälter mit luftdurchlässigen Seitenwänden haben wir für den Transport von Obst und Gemüse entwickelt. Hierbei war dem Kunden wichtig, eine leichtgängige Verriegelung zu haben, die die Stirnseiten sicher verregelt und vor allem, dass der Behälter sich sehr platzsparend zusammenlegen lässt. Durch die extreme Volumenreduzierbarkeit im geklappten Zustand auf nur noch 27,5 Millimeter im Stapel können jetzt von diesem Behälter mehr als 11.000 Stück mit nur einem LKW platzsparend zurückgeführt werden. Diese Faltbox haben wir entwickelt für den Transport von Leiterplatten. So hat diese Box innenliegend ein Gefache, was Platz bietet für 18 Leiterplatten. Der leitfähige Kunststoff bietet Schutz vor einer Zerstörung der Leiterplatten durch elektrostatische Aufladung. Der Boden wird abgeklappt, es wird wie ein Parallelogramm diese Box zusammengelegt, die Umschläge übergelegt und so hat man eine optimale Volumenreduzierung für den Rücktransport. Vielfach gibt es sehr empfindliche Produkte, die transportiert werden müssen und um dieses Packgut optimal zu schützen, gibt es eben auch diverse Innenverpackungen, die eingesetzt werden. Ob es eine Modifikation eines bereits bestehenden Behälters ist oder ob es eine komplette Neuanfertigung ist, wir finden immer die richtige Lösung für den Kunden. Die Walterfallsysteme, nur wir sind so. 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 Vielen Dank.